Hallo, mein Name ist Sascha Ubrich. Ich bin der Erste Hauptamtliche Antrassenvertreter Diensthof Berlin und ich bin bei Bundesverein und Diensthüberat der Zweiter Vorsitzende. Also ich verwende Beeinträchtigungen, weil es für mich strich mehr anspruchsvoll ist und weil ich damit besser umgehen kann und weil ich damit besser immer schreibe, E-Mails schreibe, auch immer betone Beeinträchtigung. Das ist einfach in meinem Kopf drin geblieben. Deswegen sage ich immer Beeinträchtigung. Und Geist für Behinderung ist für mich ein Schimpfwort, es ist ein Diskriminierungswort. Das ist so ein Wort, das ist schon sehr alt und das ist so, die Gesellschaft macht uns dieses Wort behindert. Deswegen ist dieses Wort für mich tabu. Hier kommt auf die Gedanken oder auf das Spannungswort. Hier kommt auf die Gedanken. Hier kommt auf den Drift von Trünen.